Das ist ja geil! Was willst du denn? Ja, das ist ja immerhin noch nicht. Das ist immerhin noch zu bleiben. Einfach zu bleiben. Einfach zu bleiben. Einfach zu bleiben. Wir lassen sich noch mal wiederkommen. Was will uns ja machen? Ich hab's so ja erahnt. Komm mal runter. Aber jetzt kommen nur drei Mal überholt. Siehst du? Das ist doch ein Traumstraum. Siehst du wieder ab? Ich bin natürlich auch. Ich bin natürlich. Ich bin natürlich auch. Ich bin wirklich, weiß nicht. Aber er hat sich ja unten in der Ego geworfen. Ja, da haben wir einen Schlagen erhöht sich das Ding und hat den nur den Hetzel ab, den wir auch nicht tun haben. Vielleicht ist das ein bisschen nicht das Auto. Der muss da aber nicht tun, ja? Ja, das stimmt nicht. Endlich. Endlich. Du willst doch hin, weil ich nicht brauche mich zu dachten. Wie soll es lösen? Ach so. Ach so. Was ist das hier? Ja, diesjahr. Da kann ich nicht laufen, ist er hier. Dann lass es sich da noch hin. Aber es ist da eigentlich gleich. Du hast ja eine Vorfahrt. Wie darfst du noch mal treten? Ja, das darfst du unten. Ja, aber ich hab mir gedacht, dass du meine Strecke holst. Ich hab mit der langen Strecke. Aber so, oder? Ja, die Strecke ist jetzt so. Das ist so. Das ist so. Genau. Wie lange war? Das ist doch lange trage. Wie mining ist das? Wie lange war es jetzt? Ehh, Beispiel. Leipzig. Wie lange war es jetzt mal? Ja, was wollte du kurz? Der wurde gesagt, dass er die große Installation ist. Das war nicht die Nummer. Das war bei... Zwischenschnitt. 3. 3. 5. 6. 7. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 6. 6. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 16.